Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Hardcore Challenge, denn diesmal wird sie sehr hardcore, nämlich wir haben uns für die Force Blocks Challenge entschieden. Die funktioniert so, dass ungefähr alle 5 oder 10 Minuten eine Anweisung für uns kommt, dass wir auf irgendeinem Block stehen müssen. So wir beide, ich und Dodo. Es ist das Problem, es kann eigentlich auf fast alles kommen. Wir sind jetzt hier zum Beispiel in einem Fichtenbiom, aber es kann auch einfach was aus dem Dschungel kommen. Ja, dazu muss das mal gemütet werden. Oder es kann auch irgendwas Sand kommen, es kann irgendein Terracotta-Block kommen. Es wird sehr interessant. Das wird auch sehr witzig, wenn ein paar Sachen kommen, da müssen wir dann auch wissen, wie gehofftet werden, Dodo. Das könnte natürlich auch ein Problem werden. Wir spielen ja 1.16. Wir werden dann auch 1.16 Blöcke genommen, nee, oder? Nee, wir spielen 1.16 Blöcke genommen, ja. Okay, ich lebe gerade an, wenn wir nicht. Ich hoffe es ist wirklich, dass es bald die Anweisung kommt, weil ich gerade extrem Bock darauf habe, sondern... Smooth Stone, wo es geht. Weil es ist englisch, Smooth Stone, was ist... Ähm... Ich werde da nicht schon mal, dass wir ein Spiel auf englisch stellen. Ist es nicht der normale Stein durchgebrannt? Also wir wollen auch in den Ofen. Dann mache ich das kurz. Der Smooth Stone, ich habe... Nice. Hat er mich gesehen? Wie hat er mich gesehen? Ja, das war's. Wie hat er mich gesehen? Ja, als ob ein Pickel von Scherz, von Fertzen auf einmal macht. Green Stained Glass. Ist das ein Glas Scheiben oder ein normales Glas? Normal. Was würde dahinter noch? Klein stehen. Haben wir eine Wüste? Ohne Wüste wird's nichts. Und das macht diese Challenge so interessant. Hä, warum denn Wüste? Green Stained Glass. Stained Glass. Naja. Dann kannst du nicht Dings rollen? Äh, was? Ach nee, 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 doch nicht. Das geht doch nicht. Das ist Seekooker, glaube ich, auch gehen. Das heißt, wenn wir einen Koranriff finden würden, müsste es, glaube ich, auch gehen. Aber Wüste ist, glaube ich, dann doch einfacher zu finden. Aber weil er tut Leim herstellen. Das heißt, selbst wenn wir eine Seekooker hätten, wäre es nicht gegangen, weil wir brauchen normal, wir brauchen, ja, dunkelgrün. Wir brauchen keinen Amboss. Komm, no wisdom, no. Ja, meinst du, glaub ich. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Goldi, du bist verreckst. das wird jetzt richtig schwitzig also ich stehe darauf und es wird jetzt richtig schwitzig richtig knapp er war schon halber drauf er hätte nur noch den birkensetzling reinsetzen müssen genau er hat bei einer oder so gekraftet ein portal so ich habe jetzt noch mal zwei bögen geholt ich war jetzt am portal war da klein und obsidian aber wir können uns drauf stellen bei unserem portal ist kein krank ob sie gehen 200 ich bin da ich bin da dass ich den können musikieren aber absolut aber wir müssen dann vielleicht durch pickling trades position lava er gibt ender fällen ich hasse ich habe hier noch hier gold naja also wenn er jetzt nicht also wenn er jetzt gibt dann könnten wir das ganze schaffen seid ihr oben ja ja also jetzt muss er geben scheiße ja das war's schade ach doch vom brunnen der hört einfach ab der wird keinen job haben äh cool sandstone slab was heißt cut ähm ey wir haben sogar ein eisbiom hier heißt das dann so eine feine oder ich komme mich da rum ich komme mich da rum dann dann ich brauche anderen dann cut sandstone slab ich glaube ein backpack istch dann sandstone es ist die richtige was ein glück ich war mir natürlich sehr sicher dass das jetzt die richtige war also du immer sorry oh auch mal hast du die zeit gelassen heute heute wolltest du heute noch nicht oder ah ne bastion basti ah smooths sandstone stair was heißt ist es das durchgebrannte sandstone so ich stehe um sandstone stairs ja ich stehe auch drauf hätten wir es geschafft und toooooddurchambus ja okay oh n appellen es sieht so gut aus dodo zwei habe ich golding ja ja wenn ich meine berechnungen stimmen müsste jetzt hier die festung sein direkt hier um die ecke genau ist keine zahl ich muss sowieso ohne spawner anscheinend spielen also aber du schaffst das schon oder ich habe jetzt hier zwei gang getötet ich habe beide getobt also wahrscheinlich werde ich wahrscheinlich ohne spawner spielen ok ok aber so schaffst du es also du glaubst an dich ja ich glaube auch an mich ah ich habe einen null wir haben auch in der hintersten enge nur mit dieser einen verbindung krass pink concrete powder pink pink rot und weiß also weiß kriegst du indem du wieder was in der barrel tust ja das ist nicht mehr klar ich kann dir kies geben so ich habe jetzt 7 das heißt ich verlassen das auch ich bin jetzt schon auf dem powder Ok Wir müssen jetzt übrigens danach In die Richtung gehen In die Richtung, ok Ich hab hier noch eins gebraucht Ich hatte nichts zu tun Merke ich Sense, Smooth Sense Don't Slap Ich hab mich doch Hast du noch welche aufgehoben? Nee, warte Smooth Sense Don't Slap Hm Wir müssen noch mehr Smooth Sense Don't herstellen Aber ich hab wieder einen Ofen Aber du musstest erstmal überlegen Aber du musstest erstmal überlegen Ah, perfekt, Alter Das ist nicht 50 Sekunden Oh, hier sieht's gut aus Ja, ich hab's Er steckt eins drin Ok, wir sind safe, wir sind safe Oh Gott Es ist so perfekt, es ist so perfekt Ich hab noch neun Enderpeulen Ja Ich hab ein Power 1.0, brauche ich den auch Ah, einfach nicht verwegen Einfach nicht verwegen Ich hatte meine noch drin im Inventar Warum ist die jetzt nicht mehr drin? Egal So Da hast du Ja Das ist der Lava-Challenge Ich seh's grad Da hinten ist der Lava vom Turm noch Warte mal, warum wird das End nicht zurückgesetzt? Ja, ja Viel Herz Dann haben wir eigentlich das Challenge auch Hoffentlich einen Schaden EY Na, es sind eine Stunde und zwei Ich weiß gar nicht, wie viele Anweisungen wir insgesamt machen müssen Aber wir sind nur fünf Stück Na, kann doch nicht filmen, komm Ja Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Bis zum nächsten Challenge Bis zum nächsten Challenge